Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Game of Thrones und wir spielen in dieser Folge das DLC, also auf Englisch heißt es Beyond the World, hier heißt es Blutsbande. Und hier erfahren wir, wie die Legende um Morst Westfurt entstand, also wie er dieser Schlechter wurde. Ja, ich möchte den Autosave überschreiben. Ich bin gespannt. Prolog, Morst, zehn Jahre vorher. Wir schreiben das Jahr 288, fünf Jahre nach Roberts Rebellion. Ihr wurdet an die Mauer verband und gezwungen, das Schwarz anzulegen, da ihr bei der Plünderung von Königsmund den Befehl eures Lebensherren Tyvenlandes da missachtet hattet. Und so musstet ihr alles und jeden hinter euch lassen. Nun verbringt ihr eure Tage an der Seite von Gorold, einem ehemaligen Söldner, der ebenfalls in Roberts Rebellion gekämpft hat. Auch für ihn und seine Söldnerkameraden nahm der Krieg kein gutes Ende. Gorold traf am selben Tag wie ihr an der Mauer ein. Und da er auch kein Blatt vor dem Mund nimmt und überall aneckt, habt ihr euch von Anfang an gut verstanden. Allerdings war er der Einzige. Und da es zu einigen disziplinarischen Zwischenfällen mit anderen schwarzen Brüdern gekommen ist, beschloss Lordkommandant Quorgül, ihn an eurer Seite zu lassen, um weitere Probleme vorzubeugen. Diesen Morgen verbringt ihr in 700 Fuß Höhe auf der eisigen Mauer eingezwängt in ein Käfig zusammen mit einem Baumeister namens Mekar. Hier oben, wo ihr die Welt überblicken könnt, wird euch die Bedeutung des Eids bewusst, den ihr einst geleistet hattet. Ihr seid der Wächter auf den Mauern, das Schwert in der Dunkelheit, der Schild, der die Reiche der Menschen vor den Schrecken beschützt, die auf der anderen Seite lauern. Ja, ich bin gespannt. Das ist eine Mauerin, wenn ihr mich gefragt habt. Es scheint, dass er nicht mit meinem Gefühl haben. Wenn ihr gelernt habt, dass ihr die Sprache in seinen Sprachen verbringt, dann könnte es nicht ein Jahr sein sein sein. Ja, aber nicht vergessen. Es wäre das Sprache, dass die Sprache, wenn es so blöchig wäre, wenn es nicht so ist. Vielleicht. Aber ich kann das leben, wenn es bedeutet, nicht zu schrauben, die Schluck-Buckets zu nutzen, wie eine Flaske zu benutzen. Und du? Warum gehst du nach vorne? Ich habe nichts gesagt. Ein Weasel hat nur gefragt, um den Böder zu senden. Er hat etwas über eine Struktur-Probleme auf der Seite der Brücke gesagt. Er hat gesagt, dass es sehr wichtig ist, dass ich meine Leather-Arse auf da, auf der Kratz der Tür zu kommen. Du meinst, dass du endlich etwas tun hast, mit dem Blöden-Böden, das sie über die Ruckslide geschlagen haben? Ja, fixen das ist lange vor dir. Der nächste Böder, um auf diese verdammte Sache zu kommen, wird sofort durchlaufen. Ich glaube, du bist so glücklich wie heute, nicht wahr? Einmal zu viele Alen, nicht wahr? Kein Problem. Es ist einfach, dass ich keine von diesen Sachen, die du Leute gebaut hast. Kein Entschuldigung, natürlich. Ich meine, das Idee, dass du in einer Kage hunderte von Freitag, mit nur einem Molden Stück von Röp, und gebaut von unseren Brüdern? Ich bin nicht überführend, um dir die Wahrheit zu erzählen. Ich glaube, du bist so glücklich. Ich bin nicht überführend. 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 Wenn diese Kage hunderte, dann werde ich 700 m. um zu denken, um zu denken, was du zu Corgyle gesagt hast. Und warum wir hier sind. Danke für deine lieben Worte, Morgz. Du bist ein wahrer Freund. Du bist willkommen, mein Freund. Anyway, du bist Glück. Wir sind hier. Worte, Schluss kamen. Wir spielen selbstverständlich wieder einen freien Ritter. Der ist einfach geil. Das hatten wir am Anfang, aber am letzten Mal. Ah, wir verteilen die Punkte also neu. Ausdauer. Schön viel Schaden. Ja, Gewandheit. Glück, Intelligenz. Ja, finde ich so okay. Hm, Vernichtung wieder. Das sind eigentlich so die drei besten Startwerte. Ich bin ja gespannt, äh, wie viel Content uns hier erwartet. Ich hab nämlich keine Ahnung. Wie viel uns hier erwartet. Wüsste ich selbst gern. Ähm, weiter. Oh Gott, äh. Oh Gott, nein. Das mit den Schwächen lassen wir mal. Lieber. Ah, Mika. Glad you could make it. Why are these two with you? A pleasure to see you too, Weasel. Corgile send them out in the cold for the day, to train a new recruit. The brat under my feet earlier? I told him to count the blocks of ice from here to Eastwatch by the sea. You have your work cut out? Don't you worry about that. We'll handle it. Very well. Let's go. My buttcheeks are about to freeze just sitting around. Off you go then. More ice to rest our asses on once you've gone. Ja, es ist leider auf Englisch. Was ich schade finde. Er täuscht sich, aber diese Verantwortung will ich nicht. You know full well, I don't want that job. I'm not one for working with babes fresh out of their swaddling clothes. So, your problem is not Corgile? There is that too. But fear not. If you don't want this honor, I'm sure Sir Thorne will gladly take it on. There's plenty around here queuing up to lick the Lord Commander's ass clean. Speaking of licking arses, it's time we gave that young crow his initiation. Come here, young man. What's your name? Merrin, sir. Whoa, hold on there, boy. There's no sirs here. You're at the wall now. Just call me chief. That's Sir Mors there. He don't talk much, but he's a good man, and he's your brother now, like all of us here. Go easy on the boy, Gorold. He's nervous enough as it is. I'm allowed to have some fun, aren't I? Tell us why you're here. I'd prefer not to say if it please you. Well, that can only mean you're a criminal, eh? Never fear, lad. We're all at the wall for the same reasons, almost to a man. I'm not like anyone here. I'm only here because I try to protect my young brother. Great. Another hero. Don't worry, boy. No one here is trying to offend. Now, come on. We've got work to do. Löse die Wache ab. Ja. Ich freue mich hier. Auf der Mauer. Oh. Gucken wir hier nach Norden? Warte. Ja. Wir gucken nach Norden. Da hinten. Irgendwo da hinten. Ist die Faust der ersten Menschen. Und die Wildlinge und so weiter. Und da hinten ist das Reich des ewigen Winters. Da hinten. Wir müssen jetzt... Die Kriminale hier sind schmerzen, nicht wahr? Well, Except for Weasel. That son of a whore gave up all his allies to Randall Tarly to save his own skin. All he got as reward was a free ride to the wall, with no hope of return. I suppose there's some justice in that. Anyway, if you're to cope here, best you make some friends. What about you, sir? How did you end up here? Listen here, son. Best to leave Morton. Ah, Cregan. He who bears the mighty weapon that all new recruits shall learn to fear. How are you, old man? Enough with your jokes, Geralt. What are your family's words again? Thrust and breakthrough? Seems very appropriate to me. I hope you don't repeat this foolry in front of the Lord Commander. Never fear, your secret is safe with me. I'm not overly particular, either. Anyway, instead of this idle chatter, when will you face me in the practice yard? When I'm finished protecting our new recruits' arses from your amorous advances. Haha, seriously. I eagerly await the day you're made to dance at the end of my sword. I would pay handsomely to see that. It applies to you too, Moss. According to Benjen, other than himself and Corinne, only you two can match me in a fight. Well, that's enough big words from you, old man. Get down to the common hall and warm yourself up over a meal. We're here to relieve you. Yes, that'll do. Have fun, girls. Ah, the sun. When winter ended a few weeks ago, I had almost lost all hope of ever seeing it again. Yes, this winter was a particularly cruel one. It was spending entire weeks in night as black as pitch that got to me. It was hard in the south as well, you know. In the stormlands. In the bays to the north of Storm's End. It would rain so hard, you could barely see more than five feet ahead. There were terrible floods. Village folk lost counter the people drowned. Well, you won't need to fear floods here. The light. Ah, I must bless it with my holy water. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Nothing like standing on top of the world and pissing down on the bastards that sent us up here. If you learn just one lesson, young man, let it be this. In the summer, the cold at the wall will take only your pride. But when winter returns in a few years, it will take whatever flops out of your bridges and the two fingers grabbing it, if you're not careful. Come on, Morris, show him. Come on, Morris, show him. Not likely. Come on, lad. Let's get back on patrol. As you can see, life here is nothing like the warm embrace of the bench. Oh, but that is... Oh, here! Stellt euch mal vor! Da war grad was. Oh. Da is jemand. I don't know what's going on here. What in the seven hells was that? I don't know what's going on here. Was? Wildlinge. Natürlich. Was sonst? Natürlich. Wildlinge. Flächenunterbrechung. Boom. Zack. Die haben wir schön erledigt. Oh, da sind noch mehr. Oh. Fette Rüstung. Rollen auf der Tiefe. Nochmal. Was hast du? Präziser Schlag. Falls du bereits schon blutet. So, betäuben wir ihn einfach nochmal. Das ist was lustig. Tuck. Aber... Alter. Der hat's wirklich nicht gut. Ne, ich ne Unterbrechung. Komm, töte sie einfach. Als rinse. Oh. Ja, ich... So, fix nicht. Alles? Jetzt hab ich nicht genügend Energie für die... Vor allen Dingen, wo kommen die Wichser her? Boah. Immer wieder. Egal, den töten wir. Halt. Hm, hab ich hier nicht noch? Ha. Da. Flächenunterbrechung. Wir machen das doch hier ganz gut. Oh, fuck. Ähm. Spielt jemand Counter-Strike? Das ist ein abschreckender Schlag. Du brech den mal. Und das nenn ich mal koordinierte Zusammenarbeit. Ist er denn endlich mal tot? Es wird langsam... Langsam wird es knapp. So, geht doch. Das ist ein abschreckender Schlag. Und das ist ein abschreckender Schlag. Ich hab dich nicht auf das Kunde. Wo ist mein Auto? Hey? Ich habe keine idee. Der war gerade neben mir, als ich mich verletzt bin. Ich hoffe, dass sie ihn nicht über die Bühne verletzt haben. Ich wundere mich das. Morse, schau mal auf den Bösen. 7 Helden. Du denkst, dass sie mit einem unserer Böden überflucht haben? Ich würde so sagen. Ja. Wir müssen den Kastel Black warnen. Wir können nicht. Sie haben den Bruch verletzt. Und die Hörn ist auf der anderen Seite. Jetzt sind wir fertig. Es gibt nur eine Sache, die wir tun können. Der Mann hat das Recht. Wir müssen sie folgen. Es gibt keine andere Wahl. Ist das eine andere von Ihren Jepern? Nur die vier von uns? Und nicht unsere Brüder wissen? Hast du andere Ideen? Ja. Wir warten für den nächsten Schritt, um uns zu verlassen. Dann sagen wir sie. Das wird zu lange dauern. Dann wird es zu lange Zeit. Gorold, du bist der Leiter dieser Damm-Patrol. Sag etwas. Morse, Merrin, bringe die Bösen zurück. Oh Gott. Geh auf dich alle. Das ist Wahnsinn. Es ist fertig. Gut. Wir haben eine Morse Stufe... Oh Gott. Wir gehen jetzt da runter. Na toll. Aber wir geben uns erst da runter in der nächsten Folge von Let's Play Game of Thrones. Die ich jetzt nicht aufnehmen werde. Sondern erst beim nächsten Mal. Tschüüüss.